ja willkommen teil 2 für heute immer noch in blankenburg gar nicht so weit entfernt von da wo wir gerade gewesen sind nur sagen war 200 meter weiter sind wir an der bergkirche san bartolomeos und ja es ist 17 uhr offensichtlich und hier gibt es einen sonderstempel kasten für die harzer wandernadel und zwar für den klosterwanderweg mal gucken ob der auch drin ist hier hat jemand den stempel geklaut na super das kommt ja toll an werde ich wohl noch mal wiederkehren müssen schade aber zumindest gibt es hier eine echt schöne bank na dann verabschiede ich mich für heute mit glockengeläut da